Das glaube ich ist bloß mir erst mal. Ich weiß nicht, wie ich das würde, oder anfang ist. Ich weiß nicht, wo die Leune ist. Ich weiß nicht, wo die Leune ist. Ich weiß nicht, wo die Leune ist. Mit Tomer und Wunder. Und fest. Es blinkt da unten. Nichts. Oh. Schütt. Da ist der Eingang. Oder? Was kann ich da machen? Das ist jetzt das andere. Ich glaube das mit dem Feuer ist eine gute Idee. Schau her, da können wir unten rein. Englisch. Also, ich das war schon einmal epil bodies. Wenn da irgendwer was sagen wird, also steht dort, wo es mir überhaupts darum geht. Feuerholz, wo haben wir es denn? Feuerholz, wo haben wir es denn? Nein. Es reicht nicht aus. Ich werde dann mit meinem Dickensprung dann wieder weg. Dann sind wir hier unten Auch nicht Toll, jetzt sind wir ganz unten Ich habe noch einen Spielstand. Den da. Ja, ich habe gerade ein Feuer gemacht, aber der geht nicht rauf. Das ist zu schwach. Da reicht mir da noch irgendwas, dass uns da noch ein Wind aufgetrocknet oder so. Bin ich jetzt bei dem reingesprungen oder bei dem? Da ist die Tafel. Das geht mir ums Meilen. Kann nicht fahren. Und eine Kiste. So, Manni und Bogen. Ernsthaft? Ja. Das schätze ich dann irgendwann. Aber ein bisschen Enttäuschung. Ja. Ja. Das ist auch nicht. Ich würde anscheinend irgendwie aktivieren. Ich werde jetzt aufschauen in irgendeiner bestimmten Reihenfolge. Ja. 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 Die Frage ist auch ganz wichtig. Aber die Frage ist einfach. noch einmal wieder raus den geht ned ich glaube das wird so ein typischer Fall den machen wir erst einmal hier Was ist das? In der Mitte, glaube ich, war ich noch nicht, hm? Offizie mindestens. Wir bauen so eine Scheiße. Immer wieder laden. Hallo Rick. Boah, kein Problem. Aber voll cool. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zollten. Ich glaube, dann hast du ein bisschen Lapps zum Zollen, wenn es wieder kommt, hm? Ich glaube, dann hast du ein bisschen Lapps zum Zollen, wenn es wieder kommt, hm? Ich glaube, ich glaube, da ist der Summe. Ja, ich glaube auch. Aber wo ist vorne? Das ist aber das größte Problem bei mir. Ich glaube, da ist das größte Problem. Normalerweise müsste es doch immer irgendwo eine Steintafel etc. sein. Da hast du dir erklärt, was du machen musst. Wo geht's denn da hin? Wo geht's denn da hin? Was? Dann hast du jetzt eine Zwarte eingangs? Am Ende. Echt? Jetzt wird der Eingang... Und die ganzen haben wir da besetzt, sind... ...... Nix gemacht, die haben halt unseren Eingang ja blockiert. Ja, ich bin auch absolut verwirrt. Vor allem ist halt dann auch nix mehr da. Wenn wir dann wieder Affe kommen oder so, ne? Ich mein' wir wahrscheinlich... ...das alles aktivieren. In der richtigen Reihenfolge nehm' ich mal an. Aber wir haben halt da überhaupt keine Hinweise. Hm. Ja. Ist da irgendeine Tafel oder so? Auch nicht. Seitlich irgendwo ist. Wo es da reguläre Eingang war. Und das Labyrinth ist spieliger. Ja. Die ganzen Dungeons. Ja, ich glaub schon. Mit Sicherheit wird's irgendein Tutorial geben. Da ist ein Schrein. Den nehmen wir mit. Dann können wir wenigstens her teleportieren. Vielleicht ist das auch der richtige Eingang, he? Schaut doch noch wo's aus. Ich glaub wir haben voll schon gefangen. Okay. Ui. Mach mir erst einmal den. Vollgeschwindigkeit. Ui. Ui. Was ist das, was ich da vielleicht cool finde? Wo ist's? Solche Sachen. Ich bin immer nur am geilsten. Ich will mitreißen. What? Um.